Von all den Tipps und Möglichkeiten da draußen gibt es vor allem drei essentielle, die dann relevant sind, wenn man das erste Mal Bitcoin kaufen möchte oder das vielleicht auch schon getan hat, aber wissen will, wie man sich eben sicher in diesem Umfeld verhält. Und darum geht es heute. Ganz viel Spaß mit dem Video. Ja und damit kommen wir zum allerersten großen Punkt, wenn es um das Thema Bitcoin geht. Und das sind die Medien selbst. Hier gibt es eben viele Medien, die über Bitcoin nicht objektiv berichten. Das machen sie teilweise nicht aus Boshaftigkeit heraus, sondern weil dieses Thema sehr komplex ist. Zum Beispiel wird immer wieder der Stromverbrauch als etwas Negatives dargestellt. Wenn man sich länger mit Bitcoin beschäftigt, stellt man fest, dass Bitcoin keiner anderen Industrie Strom stiehlt oder wegnimmt, sondern dass Bitcoin vor allem den Strom nutzbar macht, der überproduziert wird. Und dieser Strom, der fällt vor allem bei regenerativen Stromquellen an und ist dementsprechend eigentlich sogar eine Förderung für nachhaltige Stromerzeugung. Das Ganze ist natürlich ein sehr tiefes Thema. Wir haben auf blogtrainer.de einige Berichte darüber. Selbst große Unternehmen wie KPMG und andere haben mittlerweile umfangreiche Erkenntnisse darüber gesammelt und in Berichten verfasst. Ja und die Lightmedien, die sehen das nicht immer. Die recherchieren auch manchmal nicht in dieser Tiefe. Das ist teilweise der Komplexität dieses Themas geschuldet. Manchmal natürlich aber auch unter Umständen irgendeiner Form von Lobbyismus. So hat beispielsweise Greenpeace USA vor einiger Zeit eine Schmutzkampagne gegen Bitcoin gestartet, wo sich später herausgestellt hat, dass die finanziert wurde von den Hintermännern der Kryptowährung Ripple, weil sie damit das Narrativ der eigenen Kryptowährung stärken wollten. Das heißt, alles in allem ist der erste große Tipp, sich nicht von den Medien verrückt machen zu lassen. Weder in Panik verfallen, also Angst zu haben, dass jetzt wegen irgendeiner großen Meldung irgendwas passiert, noch aber auch nicht in die andere Richtung, sich hypen zu lassen, sodass man blind und in so einer Angst, jedem was zu verpassen, sein ganzes Geld sofort in diesen Sektor reinschmeißt. Also lieber mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit an das Thema herangehen, alle Informationen, die man so bekommt, selber verifizieren und überprüfen, denn genau das macht Bitcoin aus und macht Bitcoin so besonders. Es ist bis ins kleinste Detail für jeden Menschen selbst überprüfbar. Man muss sich natürlich die ein oder andere Eigenschaft aneignen dafür oder auch die ein oder andere Kompetenz. Das macht aber nichts. Das ist eine spannende Reise in dem Moment, wo man sich eben fragt, wie funktioniert denn das Mining oder wie sichert man denn seine eigenen Bitcoin richtig ab? Diese ganzen Fragen gilt es zu beantworten und da sollte man selber der Experte werden. Und eins kann ich euch sagen, das ist auch gar nicht schwer, das ist ein ganz kleiner Weg und der reicht schon, wenn man da am Anfang so ein paar Grundkenntnisse hat. Ja, die zweite große Sache ist, dass hier im Markt immer mal wieder auch diverse Börsen vor die Wand fahren. Wir haben das bei FTX erlebt, wir haben das bei Celsius gesehen und jetzt gerade gibt es ein ganz großes Debakel um die Kryptobörse Binance. Und was man eben immer wieder feststellt ist, dass auch da wieder Negativmeldungen gemacht werden, die von den Medien auf Bitcoin bezogen werden, obwohl Bitcoin in diesem Moment gar nichts damit zu tun hatte. Was man dabei eben auch feststellt ist, dass man diesen Börsen nicht vertrauen kann. Egal wie groß sie sind, egal mit wem die Börsengründer sonst so verkehren und zu tun haben. Doch gibt es hier eben immer ein großes Vertrauensproblem. Und das ist bei Bitcoin eigentlich gar nicht mehr notwendig. Denn Bitcoin funktioniert als dezentrales Netzwerk, eben ohne Mittelsmänner, ohne Drittparteien. Und diese Börsen wollen natürlich trotzdem als Drittparteien auftreten, weil sie in der Form auch viel Geld mit euch verdienen können. Gerade wenn ihr eure Coins auf den Börsen liegen lasst, arbeiten diese häufig damit und verdienen damit sehr viel Geld, gehen aber auch Risiken ein. Und genau diese Risiken führen am Ende unter Umständen zu solchen großen Schäden, wie wir ihn bei FTX gesehen haben. Also gilt an dieser Stelle vor allem immer eure Kryptowerte abzuziehen von diesen Börsen und selber zu verwahren. Denn Bitcoin bringt diese Fähigkeit mit. Übrigens, so eine Verwahrung funktioniert mit einer zum Beispiel Hardware Wallet. Das ist eine Briefbörse, eine digitale Briefbörse, wenn man so möchte, die eure Schlüssel verwaltet, die ihr braucht, um eure Bitcoin zu verschicken. Wenn ihr so ein Gerät besitzt, kann niemand, der nicht den vollen Zugriff an dieses Gerät hat, an eure Kryptowerte dran. Dieses Gerät schützt das also eben und das ist nicht nur ein USB-Gerät, sondern es hat auch die Möglichkeit, hier Eingaben zu machen, die man eben physisch mit dem Finger durchführt. Und nur wenn diese Eingabe gemacht wird und in diesem Gerät auch eine Transaktion bestätigt wird, nur dann wird eine Bitcoin-Transaktion durchgeführt. Ihr braucht übrigens auch keine Angst zu haben. Wenn so ein Hersteller, wie in diesem Fall der Bitbox-Hersteller, mal pleite gehen sollte und euer Gerät kaputt gehen sollte, könnt ihr trotzdem jederzeit an eure Kryptowerte dran. Dafür braucht ihr die 24 Wörter, die hier am Ende dann von diesem Gerät auch mal ursprünglich erstellt wurden. Manche erstellen auch nur 12 Wörter, das ist auch in Ordnung. Wichtig ist aber, dass ihr diesen sogenannten Seed, diese Wörter, selber verwaltet. Das ist eben der große Schritt hierbei. Das machen teilweise Software-Wallets, wenn ihr sie auf dem Handy oder dem Computer habt. Da gibt es aber unter Umständen das Risiko, dass Viren oder Keylogger eben eure Wörter auslesen und dieses Gerät schützt das. Hier drin ist nämlich ein Sicherheitselement verbaut, welches sich nicht von außen auslesen lässt. Und genau so funktioniert das Ganze. So eine Hardware-Wallet ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ganz wichtig an dieser Stelle, die braucht ihr am Anfang nicht zwingend. Das ist so ein Gerät, das kostet so um die 130, 140 Euro und das wird dann relevant, wenn ihr größere Mengen in Bitcoin verwaltet oder gespart habt. Ihr könnt vorher eine Software-Wallet verwenden, die ist dann zwar nicht ganz so sicher, aber bei kleineren Werten ist das vielleicht das Risiko auch noch gar nicht so schlimm. Ab größeren Werten, gerade wenn ihr mal mehrere tausend Euro verwahrt, macht das Sinn, so eine Absicherung zu haben. Für den Anfang nicht, aber es gilt immer, not your keys, not your coins. Das ist dieser englische Spruch, der einfach dafür steht, dass wenn ihr am Ende eben eure Bitcoin nicht selber verwahrt, sondern diese bei der Börse liegen, auch in dem Moment die Börse diese Schlüssel hat, die zu diesen Bitcoin-Adressen gehören und dann natürlich auch die Börse mit diesen Bitcoin machen kann, was sie will oder im schlimmsten Fall sogar gehackt wird. Auch das ist häufig vorgekommen. Habt ihr die Schlüssel selber zu euren eigenen Adressen, also dann auch ganz eigene Schlüssel, dann kann so eine Börse da nicht mehr dran, aber auch niemand sonst und das schützt eben die Bitcoin für euch. Und das heißt, ihr könnt in der Eigenverantwortung dieses Geld verwahren und seid nicht mehr auf die Börsen angewiesen und dementsprechend solltet ihr eben immer darauf achten, eure Coins regelmäßig von den Börsen abzuziehen, um diese Sicherheit zu haben, dass dort eben nichts Größeres passieren kann. Es gibt nämlich noch einen weiteren großen Unterschied zum klassischen Bankwesen. Es lässt sich im Bitcoin-Netzwerk keine Transaktionen rückgängig machen. Und das heißt auch, wenn jetzt beispielsweise bei der Bank ein technisches Problem auftaucht und irgendwer euren Kontostand leer räumt, dann kann die Bank diese Transaktion rückgängig machen. Das ist bei Bitcoin ebenfalls nicht möglich und dementsprechend könnt ihr auch den Instituten in diesem Bereich nicht so gut vertrauen, wie ihr es vielleicht bei eurem Bankkonto tut. Darum solltet ihr immer in Eigenverantwortung eure Kryptowerte verwahren. Und damit kommen wir zum dritten großen Punkt und das ist die Frage, wie man überhaupt richtig investiert. Ja, und natürlich bin ich kein Investmentberater und will das auch gar nicht sein. Das hier sollen nur ein paar Erfahrungswerte sein, die ich über die vielen Jahre gesammelt habe, die ich mich in diesem Umfeld bewege und mit Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn Menschen einmal Investments in einer größeren Höhe tätigen, sich unter Umständen dann ganz hart die Finger verbrennen. Das liegt vor allem daran, dass sie dann zum Beispiel investieren, wenn gerade super viel Hype da ist, der Kurs komplett durch die Decke geht und sagen wir mal bei einem Bitcoin All-Time-High von 69.000 Dollar dann 15.000 Dollar, 30.000 Dollar investieren. Ja, und dann viele Jahre hinweg der Kurs eben schwankt, sehr weit auf einem sehr tiefen Niveau, um die 15.000 Dollar zum Beispiel und sich dabei die ganze Zeit schlecht fühlen oder im schlimmsten Fall dann sogar mit Verlust verkaufen. Ja, und das gilt es natürlich zu verhindern. Was man machen kann, ist ein sogenannter Bitcoin-Sparplan, bei dem man regelmäßig die gleiche Menge Euro investiert und dann am besten auch immer eben in den gleichen regelmäßigen Abständen. Das zeigt nämlich dann, dass man, wenn man beispielsweise bei selbst 69.000 Dollar mit einem Sparplan gestartet wäre, mittlerweile mit diesem Sparplan sogar wieder gut im Plus wäre. Hätte man zum Beispiel damals beim All-Time-High 2021 bei 69.000 Dollar mit jeweils 100 Euro im Monat einen Sparplan angefangen, dann wären jetzt um die 2500 Euro investiert und der Gegenwert lag jetzt gerade bei 3300 Euro. Man hätte also nicht nur die Inflation damit outperformt, sondern auch die starke Volatilität von Bitcoin einem Schnippchen geschlagen und hätte sie komplett eigentlich aus dem Weg geräumt und würde eben einem durchschnittlichen Kursverlauf folgen. Und der kann bei Bitcoin dadurch, dass es ein so knappes und begrenztes Gut ist, es gibt nämlich nicht mehr als 21 Millionen Stück, eben dauerhaft positiv sein, weil die Geldmenge immer größer wird, weil die Menschen, die sich für Bitcoin interessieren, in der Regel dabei bleiben oder sogar mehr werden. Und weil technologischer Fortschritt eben die Möglichkeit, effizienter Produkte und Dienstleistungen anzubieten, auch dazu führt, dass diese im Verhältnis zu einem knappen Gut eben dauerhaft günstiger werden oder dann umgekehrt Bitcoin im Wert steigt. Und diese dauerhafte Wertsteigerung, wenn wir die Volatilität eben mal rausnehmen aus dem Kursverlauf, die kann eben sinnvoll sein, um langfristig in Bitcoin zu investieren und sich hier eben eine Art, ja, Sparplan oder ein Spargut zu bedienen. Und das funktioniert eben immer dann, wenn wir uns selber als Faktor aus dem Markt rausnehmen und nicht verrückt machen lassen von zum Beispiel technischer Analyse, dem Versuch, den Markt perfekt zu timen oder im besten Fall den Markt auch zu performen. Das funktioniert in der Regel nicht. Für die meisten Menschen 99 Prozent der Investoren und vor allem der Trader verlieren hierbei Geld. Deswegen kann das ratsam sein, sich als Faktor herauszunehmen und sowas eben ganz losgelöst von der eigenen Emotion als Sparplan zu machen und einfach dauerhaft davon zu profitieren. Übrigens ist auch hier die Wahl der Börse interessant. Hier könnt ihr euch mal das Unternehmen Relay anschauen. Die haben eine eigene App, bei der man auch sogar direkt die eigene Wallet hat. Das heißt, Relay funktioniert so, ihr schickt beispielsweise 100 Euro hin, die werden sofort vom Unternehmen in Bitcoin getauscht und werden auf eure eigene Wallet transferiert, die diese App für euch zur Verfügung stellt. Das heißt, Relay hat keinen Zugriff auf eure Kryptowerte und ihr könnt von der Relay-App natürlich dann später immer noch, wenn ihr dann mal so eine Bitbox habt, die Transaktionen dann machen und dann final von der Software-Wallet auf die sogenannte eben Hardware-Wallet übertragen. Mit dem Code BLOCKTRAINER spart ihr übrigens noch ein paar Prozent Gebühren. Da könnt ihr dann, wenn ihr einen Sparplan macht, eben nochmal ein bisschen bessere Konditionen rausholen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das unterstützt natürlich an dieser Stelle auch unsere Arbeit. Ja und zu diesem Hinweis gibt es noch einen weiteren wichtigen Hinweis und das ist eure Steuer. Bedenkt einfach, dass immer, wenn irgendwo Geld verdient wird, das Finanzamt in der Regel was abhaben will. Und was die gar nicht mögen ist, wenn ihr irgendwie Geld verdient und denen das nicht mitteilt oder da irgendwas Geheimes macht und unter Umständen sogar Steuern hinterzieht. Ganz wichtig auch an dieser Stelle. Ich bin kein Steuerberater und natürlich darf alles, was ich hier sage, nicht verwendet werden, um euch darauf zu beziehen, wenn ihr eine Steuererklärung macht. Aber ihr könnt meine Aussagen bei einem Steuerberater und beim Anfragen bei zum Beispiel einem Experten natürlich verifizieren lassen. Und zwar ist das Thema das folgende. Wenn ihr Bitcoin ein Jahr lang haltet, dann ist dieser steuerfrei. Bedeutet, kauft ihr jetzt Bitcoin beispielsweise bei 35.000 US-Dollar Gegenwert und der geht auf 70.000 Dollar und ihr haltet die Bitcoin länger als 365 Tage, könnt ihr diese verkaufen und zahlt keine Steuern auf den Gewinn. Wenn ihr ihn unter einem Jahr verkauft, müsst ihr diese mit eurem Einkommenssteuersatz dann versteuern. Der ist natürlich individuell und kommt auf euer Einkommen an. Ganz wichtig auch hierbei, es gibt natürlich Steuerfreigrenzen, aber die klammern wir an dieser Stelle erstmal aus. Um hier eine Übersicht zu haben, wie das am Ende wirklich aussieht, ab wann eure Anteile steuerfrei sind und vor allem auch, um einen Export zu haben, den ihr vielleicht sogar eurer Steuererklärung anhängen könnt, kann ich euch das Tool Cointracking empfehlen. Cointracking hat seinen Sitz in München und ist ein wirklich großes Unternehmen, mittlerweile über 40 Mitarbeiter und was man hier machen kann, man kann seine eigenen Coins tracken, man sieht hier sein Portfolio und man hat die Möglichkeit eben auch am Ende Reportings zu ziehen, zum Beispiel auch eine Steuererklärung, die ihr dann eure eigenen Steuererklärungen anhängen könnt. Auch gibt es hier dann Anzeigen, wann eure Coins zum Beispiel am Ende in einem steuerfreien Bereich sind und wann ihr diese verkaufen könntet, wenn ihr wollt oder im Allgemeinen einfach zu schauen, welche Steuerlast hättet ihr in dem Moment, wo ihr die Coins verkauft, auch wenn es unter einem Jahr zum Beispiel ist. Ihr könnt euren persönlichen Steuersatz angeben, auch das ist dann alles Teil des Reports. Wenn ihr unseren Link dazu verwendet, spart ihr nochmal 10% Gebühren, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Besondere ist aber, ihr werdet wahrscheinlich erstmal kein Paket dort kaufen müssen, denn bis 200 Trades, also 200 Käufen von Bitcoin, könnt ihr Cointracking sogar kostenlos verwenden. Das heißt, einfach mal anmelden und reinschnuppern. Also zusammengefasst, lasst euch nicht verrückt machen. Es gibt so viele Fehlinformationen, die über Bitcoin verbreitet werden. Verifiziert jede Information selber, schaut bei guten Quellen vorbei. An dieser Stelle kann ich natürlich auch unsere eigene Quelle empfehlen. Wir haben ein sehr hochwertiges Blockchain-Team im Hintergrund hier mit Redakteuren, die da arbeiten, ganz viele Informationen aufarbeiten, die hier teilweise verbreitet werden oder die auch aktuelle Themen des Marktes betreffen. Auf unserer Seite findet ihr auch ganz viele Wissensbeiträge, zum Beispiel zu dem Thema, was ist eine Wallet, wie funktioniert die Blockchain oder das Mining. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Auch gibt es hier viele Empfehlungen zu Services, zu Anbietern. Da könnt ihr euch frei austoben. blogtrainer.de verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, Thema 2 ist einfach, haltet eure Coins nicht auf den Börsen. Diese Börsen sind natürlich gewisse Angriffshoneypots für Hacker, für Leute, die hier was stehlen wollen. Teilweise waren es sogar Börsenbetreiber selbst, die ihre Kunden bestohlen haben. Und am Ende geht ihr hier ein Risiko ein, welches im Bitcoin-Bereich nicht notwendig ist, weil ihr eure Coins selber verwahren könnt und weil Bitcoin ohne Vertrauensparteien funktioniert. Und drittens, investiert eben ganz vorsichtig. Schmeißt nicht in Panik große Summen in den Markt, was euch am Ende vielleicht ja in eine sehr unangenehme Gefühlslage bringt, sondern macht das mit Bedacht. Ein Sparplan kann sich hier anbieten, um eben vorsichtig in den Markt zu gehen und nicht in diese Versuchung und auch die Notwendigkeit zu kommen, den Markt auch zu performen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich verlinke euch jetzt gleich im Abspann zwei Videos. Das eine, wie man sich so eine Bitbox, so eine harte Wallet einrichten kann. Das andere, wie man die Relay-App verwendet, wenn man einen Bitcoin-Sparplan machen möchte. Und schaut auf blogtrainer.de vorbei für aktuelle Informationen und News, für Wissensartikel, die tief in die Materie einsteigen. Und was wir ebenfalls haben, ein kostenloses Forum, in dem man seine Fragen stellen kann. Hier sind 8000 angemeldete Nutzer, die sich hier austauschen und dementsprechend könnt ihr dort auch alle Fragen stellen, wenn ihr irgendwo Bauchschmerzen habt und seid da gut beraten. So, das war es jetzt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute und tschüss zusammen.